Musik Neben mir steht die Nathalie. Die Nathalie ist die schnellste Frau im Wesentlichen. Nathalie, wie fühlst du dich jetzt? Ich bin froh, dass ich endlich im Ziel bin und ich habe natürlich den grandiosen Zielhainer auf ihr genossen. War das mit dem Wetter, ging es oder war es schon ziemlich schwierig, weil es so heiß ist? Also mir war es ehrlich gesagt viel zu warm. Wenn man so eine Stimmung hier hat, kommt man natürlich gern. Hast du die ganze Zeit gut durchgehalten oder war es zwischendurch echt so ein bisschen kritisch? Zwischendurch, wenn man mal in die Sonne gelaufen ist, war es schon ein bisschen hart, aber dann sind natürlich wieder Schattenpassage gekommen und dann war es wieder okay. Weil bist du das erste Mal hier in Mannheim dabei? Ne, ich bin schon mal zum Spaß hier gelaufen, aber das erste Mal Vollgas, ja. Du weißt, du musst jetzt 10 Kilometer laufen. Wie trainierst du dafür? Also für das hier habe ich jetzt nicht speziell trainiert. Okay, du hast es auf jeden Fall super gemacht. Vielen Dank für das Interview, Nathalie. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Feiern. Hast du dir voll verdient. Tschüss. 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 Tschüss.